Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und in der Tat ist das für mich wirklich ein Novum, in einem so eindrucksvollen Saal eine Vorlesung halten zu dürfen. Eine Vorlesung im klassischen Sinn wird es auch gar nicht werden. Meine Damen und Herren, Sie haben den Weg hierher gewählt, obwohl draußen die Sonne scheint und die Scharnigärten, wie das wohl hier schön so schön heißt, locken würden. Ich bin sehr gerne hier und eine Böhm von Barwerk Lectures ist natürlich auch eine Ansage, das ist also schon ein großer Name in einem großen Saal für die österreichische Akademie der Wissenschaften. Das Thema Rückkehr der Machtpolitik im Welthandel ist Europas Wohlstand bedroht. Wir machen ja am Institut in Kiel angewandte Forschung und das war auch das, was ich die letzten Jahre am IFO-Institut in München gemacht habe, nämlich zu versuchen, als Ökonom mitzuhelfen, zu verstehen, vor welchen Herausforderungen wir stehen und wirtschaftspolitische Vorschläge zu machen. Und das möchte ich auch in dieser heutigen Vorlesung tun. Ich habe vier Punkte, eigentlich drei, der letzte sind die obligatorischen Schlussfolgerungen, aber zunächst einmal die Logik der internationalen Arbeitsteilung noch einmal kurz durchdeklinieren und das ist eine Positivsummenlogik und dann im zweiten Punkt etwas ansprechend, das in der klassischen liberalen ökonomischen Denke eigentlich nicht vorkommt oder nur sehr am Rande vorkommt, jedenfalls in der modernen Ausprägung, nämlich die Vorstellung, dass es auch um Macht geht. Dass, wenn Staaten miteinander interagieren, auch eine Frage immer ist, wer dominiert, wer ist der Erste und diese Rangfolgenlogik ist etwas, das wir in unseren klassischen, in unseren neuen Modellen kaum wirklich beantworten und besprechen können, das aber in den Anfangsphasen der Ökonomie als Wissenschaft eine große Rolle gespielt hat und jetzt, wenn wir auf die Welt blicken, wichtig ist, um zu verstehen, was vor sich geht und auch um zu verstehen, ob die Instrumente, die wir haben, überhaupt geeignet sind mit den Phänomenen, die wir beobachten, umgehen zu können. Dann möchte ich in meinem dritten Punkt, das wird wahrscheinlich der Hauptteil sein, den Blick durch ein Modell richten, ein Modell, an dem ich seit Jahren sozusagen herumbastle, um das zu verbessern und zu verschönern und mächtiger und treffsicherer zu machen, das uns erlauben soll, einerseits zu verstehen, wie der Welthandel funktioniert, also wir wollen die Welt abbilden können, andererseits wollen wir aber auch durch so ein solches Modell verstehen, welche Effekte Schocks haben, Schocks heißt dann eben, dass da jemand gewählt wird, mit dem keiner gerechnet hat im Weißen Haus und dann eine Handelspolitik treibt, die neuartig ist in vielerlei Weise oder ein anderer Schock, der Ausgang des Referendums am 23. Juni 2016 in England. Und dann ein paar Schlussfolgerungen. So, jetzt habe ich hier ein technisches Problem. Ja, eigentlich ganz passend für diesen Saal, dessen Geschichte wir ja auch kurz kennengelernt haben, denn als dieser Saal gebaut wurde, war Adam Smith, den Sie hier sehen, schon Professor für Moralphilosophie an der Universität Edinburgh und hat sich unter anderem auch mit ökonomischen Fragestellungen befasst und sein wichtigstes Buch, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, beinhaltet eben auch den Nukleus einer Theorie der internationalen Arbeitsteilung. Er sah die Arbeitsteilung als das Vehikel, durch das Wohlstand geschaffen werden kann, indem jeder sich auf die Dinge spezialisiert, für die er eine besondere Begabung hat. Und indem wir die Arbeitsteilung vorantreiben und immer feinteiliger machen, heben wir Produktivitätsvorteile. Das ist etwas, das innerhalb eines Staates eine Rolle spielt, das eben in einem dörflichen Leben im 18. Jahrhundert es einen Schmied gibt und einen Bäcker und einen Prediger und einen Arzt und so weiter und so fort, einen Lehrer. Diese arbeitsteilige Gesellschaftsordnung, die ist auch sozusagen das Vorbild einer arbeitsteiligen internationalen Wirtschaftsordnung. Aber was er auch in seinen Schriften immer deutlich macht, ist, dass diese Arbeitsteilung nicht in einem luftleeren Raum stattfindet, nicht in einem politiklosen oder institutionslosen Raum stattfindet, sondern dass das eine Einordnung braucht. Und ein wichtiges Element, damit die internationale Arbeitsteilung funktionieren kann, ist politische Kooperation. Dass es Vertrauen gibt, dass wenn man sich einlässt auf die Arbeitsteilung, also etwas macht oder etwas nicht mehr macht, das man bisher selber gemacht hat, um dann ein Produkt aus dem Ausland zu beziehen, dass das nicht Anlass gibt zu opportunistischen Verhalten eines Handelspartners. Der sagt, jetzt hast du verlernt, wie man Brot bäckt, ich kann es aber und ich kann dir, weil du von dem Brot abhängig bist, gewisse Dinge diktieren. Die Arbeitsteilung macht immer auch abhängig. Und das ist etwas, das, glaube ich, in der Zeit jedenfalls vor der großen Krise 2008, 2009, im Denken der Ökonom häufig nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Dass Arbeitsteilung eben auch mit Abhängigkeitsverhältnissen einhergeht. Er hat aber auch den Ausdruck des Bäcker-dein-neber geprägt. Und Bäcker-dein-neber-Praktiken oder Politiken sind Maßnahmen, mit denen man versucht, sich im Inland besser zu stellen, indem man das Ausland ausbeutet. Und zwar nicht, indem man eine Armee hinschickt, die Bodenschätze oder Sklaven aus dem Ausland heimbringt, sondern indem man mit Zöllen zum Beispiel versucht, Ressourcen zu transferieren, ökonomische Renten zu transferieren. 40 Jahre später hat David Ricardo, auch einer der Säulenheiligen der Nationalökonomie, der Volkswirtschaftslehre, die ersten Formalisierungsversuche, damals noch wirklich literarischer Art von Adam Smith, versucht, in erste Protomodelle zu gießen. Da gibt es schon kleine Matrizen mit Zahlen, da kommt der Ökonom, der modern ausgebildete Ökonom auf die Spur, wo unser Handwerkszeug herkommt. Ricardo hat damit begonnen. Und er hat dann eben auch gezeigt, dass Smith nicht nur Recht hatte, sondern dass seine Theorie der Vorteilhaftigkeit internationaler Arbeitsteilung viel allgemeiner noch gilt, als dass Smith sich das vorgestellt hat. Selbst ein Land, das eigentlich in all den Aktivitäten nicht besonders gut ist, hinterherhinkt seinen Handelspartnern, kann in der Arbeitsteilung erfolgreich mitmachen und sich besser stellen im Vergleich zu einer Situation, wo diese Arbeitsteilung nicht zur Verfügung steht. Aber, und das ist hier etwas Wichtiges für heute Abend, Smith hat diesen Begriff des Bäcker-Daneber geprägt. Bäcker-Daneber, also ein Mix von Maßnahmen, der erlauben soll, den Ausländern in die Tasche zu greifen. Wie geht das? Zum Beispiel durch Importzölle. Was machen Importzölle? Wenn Donald Trump zum Beispiel deutsche Autos mit einem 25-prozentigen Importzoll belegen sollte, es ist ja noch nicht so weit, könnte aber jederzeit passieren, dann wird er die Preise dieser Autos für amerikanische Konsumenten in die Höhe treiben. Die amerikanischen Konsumenten werden also weniger von diesen Autos nachfragen, das ist Standard, sozusagen Resultat, und wenn sie weniger nachfragen, dann werden die Anbieter dieser Autos, die in Deutschland sitzen, über ihre Preispolitik nachdenken. Sie werden sich überlegen, ob sie nicht ihre Preise senken. Das passiert in ganz vielen unterschiedlichen theoretischen Rahmen, dass genau diese Preispolitik angepasst wird. Das hat zum Ergebnis, dass das deutsche Auto, wenn es in New Haven ausgeladen wird, einen niedrigeren Preis hat als zu dieser Zeit vor den Zöllen. Das Auto kommt also billiger zu einem geringeren Preis in die USA, dann kommt der amerikanische Zoll drauf und mit diesem Zoll wird es in aller Regel dem Konsumenten höhere Preise abverlangen, als wenn es den Zoll nicht geben würde. Aber, und das ist wichtig, dieser Zoll wird eben auch mitbezahlt von den Ausländern, von den deutschen Autoherstellern, die ihre Preispolitik anpassen, damit sie in den USA nicht zu viel Markteinteil verlieren. Und wenn sie das tun, verbessern sich die sogenannten Terms of Trade für die Amerikaner, oder die sogenannten, das Austauschverhältnis. Man bekommt für die amerikanischen Exporte, für die Devisen, die man auf den Weltmärkten verdient, plötzlich mehr deutsche Autos, weil die deutschen Autos von den deutschen Autoherstellern in New Haven, wo sie in die USA zum ersten Mal eintreffen oder eindringen, bekommt man mehr, weil der Preis gesunken ist. Gleichzeitig aber erzielt der amerikanische Finanzminister Zolleinnahmen. 25 Prozent auf dem Importvolumen von 300, 400 Milliarden Dollar ist eine stolze Zahl und wenn ein Teil dieser Zolllast nicht getragen wird von den heimischen Nachfragern, sondern von den ausländischen Anbietern, weil die ihre Preispolitik ändern, kann ich Ressourcen aus Deutschland, wo auch immer die Autos hergestellt werden, in die USA transferieren. Das hat Adam Smith natürlich so noch nicht gesehen, er hat mit seinen Back-of-the-neighbor-Policies, die er da beschreibt, wenn Sie das nachlesen, habe ich für ein paar Tage wieder einmal gemacht, diffuse Praktiken beschrieben, wie das gemacht wird, er hat auch über Steuern geredet, aber dieses Argument, dass über den Zollmechanismus die Ausländer genötigt werden, ihre Waren billiger anzuliefern, billigere Weltmarktpreise für Autos ist gut für ein Land, das Autos netto importiert, das hat er so in dieser Schärfe nicht gesehen, aber das ist ein Argument in der modernen ökonomischen Theorie, das uns zum sogenannten Optimalzoll-Theorem oder zum Optimalzoll-Argument führt, dass die Zölle nicht in aller Regel, jedenfalls aus der Perspektive eines einzelnen Landes null sind. Wir tun so oder unterstellen das häufig, aber genau genommen stimmt das nicht, weil wenn man sich fragt, kann ich meine Wohlfahrt erhöhen, indem ich Zölle einsetze, dann ist die Antwort ja, in Maßen, wenn man es übertreibt und gar keine Importe mehr kommen, weil die Waren so verteuert werden, dass die heimischen Nachfrager gar nichts mehr nachfragen, dann hat man nichts gewonnen, dann entstehen auch keine Zolleinnahmen, aber in einem bestimmten Ausmaß ist das eine rationale Politik, immer nur natürlich aus der eigenen Perspektive heraus gedacht und darüber werden wir auch noch kurz sprechen müssen. Und der Kern des Arguments besteht darin, dass eine Steuer, wie auch ein Zoll eben eine Steuer ist, typischerweise nicht nur von dem bezahlt wird oder der bezahlt wird, die oder der die Steuer abliefert an den Finanzminister, sondern im System, im Gleichgewicht von vielen verschiedenen Spielern getragen werden kann, in unserem Fall eben auch von den ausländischen Anbietern der Autos. Und ein zweites Element gibt es bei den Importzöllen, das die moderne Literatur mit einem Business-Stealing-Effekt beschreibt. Wenn ich Zollbarrieren aufbaue, dann werden sich die Autobauer überlegen, ob sie den amerikanischen Markt mit Exporten bedienen, wo eine Zusatzbesteuerung, eine diskriminierende Zusatzbesteuerung ihrer Autos erfolgt, nämlich eben um die genannten 25 Prozent, oder aber, ob die Autos nicht besser in den USA gebaut werden sollen, wo sie dann dieser Besteuerung durch den Zoll entgehen. Das ist die Logik, glaube ich, die Donald Trump wahrscheinlich hat und auch die Botschaft, die er in die Welt twittert, lässt sozusagen auf diese Art von Argumentation schließen. Anreize also mit den Zöllen zu schaffen, dass Produktion in die USA verlagert wird, statt den Markt mit Importen zu bedienen. Importzölle sind aus ökonomischer Perspektive Instrumente, die einen großen Vorteil haben. Sie erzielen nämlich Steuereinnahmen. Sie tun viele andere Dinge, die nicht wünschenswert sind. Sie verzerren die Konsumentscheidungen von Haushalten. Wenn das Auto, das Importierte, künstlich verteuert wird, dann konsumiert der Haushalt zu wenig Autos und mehr andere Dinge. Sie verzerren die Produktionsentscheidungen, statt optimalerweise das Auto im Ausland zu produzieren, wie es dann im Inland produziert. Das sind also alles ökonomische Schäden. Aber der Zoll generiert zumindest Einkommen. Wenn Sie andere Handelsbereiche betrachten, administrativer Art, also Schikanen für die Importeure, indem Sie sagen, eure Crash-Tests, die ihr da macht in Graz oder in München, die lassen wir bei uns nicht gelten. Ihr müsst schon nochmal in den USA oder sonst wo 25 Autos gegen die Wand fahren und dann schauen wir, wie im Durchschnitt das Crash-Verhalten des Autos ist und wenn es uns genehm ist, wird das Auto zugelassen. Das sind also Barrieren, die ressourcenverschwendend sind, weil zweimal statt einmal ein solcher teurer Crash-Test durchgeführt werden muss. Das verteuert das Importieren oder verteuert auch das Bedienen dieses Marktes aus dem Ausland, führt aber auch tendenziell dazu, dass die Produktion nicht im Ausland stattfindet und das Inland durch Exporte bedient wird, sondern dass man eben auch gleich im Inland produziert. Also diese Business-Stealing-Logik, die gilt da auch. Aber es werden eben im Vergleich zum Zoll keine Einkommen generiert und deswegen, wenn Sie diese beiden Maßnahmen renken wollten, würden Sie sehen, der Zoll ist eigentlich der Beste, der Bessere von diesen beiden. Und dann gibt es noch etwas, eine dritte Maßnahme, die man unter diesem Becker-Dein-Neber-Paket zusammenfassen könnte, nämlich Subventionen. Subventionen, um die inländischen Produzenten besser zu stellen, ihnen sozusagen durch staatliche Hilfe Marktanteile zuzuschanzen, die ohne diese Subventionen an ausländische Anbieter gehen würden. Statt hier Zolleinnahmen zu generieren, hat der Staat bei Subventionen Ausgaben, muss also andere Wirtschaftsbereiche besteuern, um diese Subventionen leisten zu können. Und, was diese Politik auch nochmal zweifelhaft erscheinen lässt, ein Teil der Vorteile dieser Subventionen, der versickert ins Ausland. Zum Beispiel, wenn ein Land die Produktion eines Exportgutes subventioniert, dann wird mehr von diesem Gut produziert, dann muss auch mehr von diesem Gut international abgesetzt werden. Bei sonst gleichbleibend mit Jungen heißt das, der Preis muss sinken, damit die Welt auch bereit ist, dieses zusätzliche Angebot zu absorbieren. Und das heißt, die ganze Welt kommt in den Genuss geringerer Preise. Die Subventionen der Chinesen zum Beispiel im Stahlbereich, die haben viele Wirkungen gehabt, aber eine Wirkung ist eben, dass die Länder, die Stahl importieren, billiger an diesen Stahl herankommen. Also die Vorteile der Subventionierung, die der chinesische Steuerzahler letztlich bezahlen muss, die sickern auch ins Ausland, deswegen Leakage. Und wenn man jetzt eine ganz sture America-First-Politik betreiben würde, sind die Subventionen das Allerschlechteste und die Importzölle eigentlich das Instrument, das noch am besten geeignet ist. Das Problem nun aber ist, dass nicht ein einziges Land sich die Frage stellt, was ist die für mich unilateral optimale Politik und dann vielleicht zum Schluss kommen könnte, ja ein Zoll hat gewisse Vorteile, sondern dass, wenn Länder interagieren, es einen Exporteur und einen Importeur gibt, dass es da nicht klug ist anzunehmen, dass das andere Land die Dinge einfach geschehen lässt, das andere Land wird sich zur Wehr setzen. Und was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, ist eine prototypische Darstellung, wenn zwei Länder über Kooperation oder Nicht-Kooperation nachdenken und das voneinander getrennt tun, also ohne miteinander in langwierige Deliberationsprozesse zu gehen, ohne Foren der Interaktion zu haben und eine Austeilungsmatrik eines solchen Spiels ist hier dargestellt. Es gibt zwei Länder, ein Land 1 und ein Land 2 und diese Länder können wählen zwischen kooperieren oder nicht kooperieren. Und kooperieren hieße zum Beispiel, dass sie keine Zölle verwenden. Aber so ein ähnliches Bild kann man auch über die Subventionen aufschreiben oder über die nicht tarifären Barrieren. Und wenn die beiden Länder kooperieren sollten, dann kommt es zu einem Mehrwert von 10 für Beide Länder, also 10,10 heißt hier Land 1 und das Land 2, haben einen Vorteil aus dieser Kooperation von jeweils 10 Einheiten, was das auch immer sein mag, 10 Milliarden Euro oder Konsumeinheiten, wie auch immer Sie es messen wollen. Wenn keine Kooperation stattfinden sollte, also das hieße hier, beide Länder überziehen sich mit hohen Zöllen, dann kommt gar keine Transaktion zustande und es entsteht eben auch kein Vorteil. Wenn wir aber eine Mischung haben, ein Land kooperiert, hier das Land 2 und das andere Land kooperiert nicht, dann ist das Land, das nicht kooperiert, das eben durch diese Optimalzölle aus seiner Perspektive versucht, sich besser zu stellen, tatsächlich besser dran, statt 10, 12 und das andere Land wird, wie Smith das schon beschrieben hat, ausgeplündert, ohne die Armee zu schicken über einen Zoll zum Beispiel. Und wenn man das umdreht, natürlich ist alles symmetrisch, die Länder sind hier komplett identisch, dann taucht eben auch dasselbe Problem mit anderen Vorzeichen, anderen Größenordnungen für Land 2 auf. Das Problem ist nun, dass wenn Sie dieses Spiel durchdeklinieren und fragen, was ist denn die beste Antwort eines jeden Spielers auf die beste Antwort des jeweils anderen Spielers, dann kommen Sie zum Schluss, dass leider Gottes das Gleichgewicht, das besonders unschöne ist, Verzeihung hier, dieses, das sogenannte Nash-Gleichgewicht ist. Das ist das Gleichgewicht, das sich einstellen wird. Abweichungen von diesem Gleichgewicht führen die Spieler zu Situationen, in denen sie Verluste machen würden. Es sei denn, sie können darauf vertrauen, dass der Gegenspieler auch kooperiert. Aber dieses Vertrauen ist in einem solchen Spiel, wie es hier dargestellt wird, das ist ein statisches Spiel, da gibt es keine Zukunft und keine Vergangenheit, das ist also eine Einmalangelegenheit. In einem solchen Gegenspiel wird dieses nicht-kooperative Gleichgewicht sich einstellen. Wenn wir uns fragen, warum gibt es die Welthandelsorganisation eigentlich und was soll die, warum ist die geschaffen worden, ist das nur ein Forum, wo Politiker schöne Bilder machen oder hat es einen ökonomischen Sinn, dann eben diesen eine Bühne zu bieten, der wiederholten Interaktion und regeln, wie man mit Verletzung der institutionellen Struktur umgeht, um dazu zu kommen, nicht hier zu landen, sondern in diesem Kooperationsgleichgewicht. Und die Anreize von dem Kooperationsgleichgewicht abzuweichen, sind eben immer sehr stark. Die letzten, nicht die letzten Jahre, sondern die Zeit zwischen 1990 und 2008, wenn Sie die Kennzahlen des internationalen Handels ansehen oder auch andere Kennzahlen, internationale Integration, dann sehen Sie, das war eine Zeit, in der die Welt sehr schnell sehr viel offener geworden ist, wo also dieses Kooperationsgleichgewicht offenbar Gewicht hatte. Und wo Länder sich nicht einseitig versucht haben abzuschotten, mit dem Ergebnis, dass sich alle gegen alle abschotten, sondern wo offensichtlich Vertrauen da war, ich mache meinen Markt auf, du machst deinen Markt auf und wir treiben Handel. Hier sehen Sie einen Index, den das Schweizerische Koff, die Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich produziert, ist einer von vielen Indizes, die ich hier Ihnen bringen hätte können. Aber was Sie hier sehen, ist ob Sie jetzt egal, ob Sie ein De Jure-Maß nehmen, also das wirklich versucht, den Stand der Handelsliberalisierung im Gesetz zu messen, zu quantifizieren, oder de facto, wo man fragt, was wird denn nun wirklich über die Weltmeere geschippert, also wie viel Handel haben wir in Gütern und in Dienstleistungen, egal was Sie ansehen, Sie sehen hier zwischen 1990 und 2008 eine Phase, in der De Jure und de facto diese diese Globalisierung weltweit stark zugenommen hat. Und was Sie auch sehen, ist, dass nach 2008 diese Zunahme nicht mehr weitergegangen ist, zum Stoppen gekommen ist. Wir haben hier keine, weder De Jure noch de facto, einen Weitergang dieses Globalisierungsprozesses gesehen. Und das kann man Trade Globalization ansehen, das ist das, was mit den Zöllen und mit den Handelsbarrieren natürlich zusammenpasst, aber wir könnten uns auch fragen, wie stark sind die Finanzmärkte integriert. Und das soll das nächste Bild hier tun. Das sehen Sie auch ähnlich, eine starke Phase der Globalisierung hier. Hier wächst uns sogar in den 90er Jahren das de facto Maß über das De Jure-Maß hinaus. Wenn man möchte, kann man daraus Schluss folgern, dass die Globalisierung hier sogar ein Stück weit zu weit gelaufen ist. Dass also das, was tatsächlich passierte, nicht mit dem juristischen Rahmen mitgewachsen ist. Aber jedenfalls eine außergewöhnliche Zeit zwischen 1990 und 2008. Und was hier zentral war, wenn man sich fragt, wie kam das zustande? Warum haben die Länder diese 240 Jahre alte Idee des Adam Smith, Back of the Neighbor zu betreiben, warum haben sie darauf verzichtet, wo in vielen Phasen der Geschichte es eben anders war? Dann deswegen wahrscheinlich, weil nach dem Zweiten Weltkrieg und dann besonders nach dem Ende des Kommunismus ein liberaler Hegemon die USA darauf geachtet hat, dass die Regeln eingehalten wurden und dass das Normale und sozusagen zu erwartende Gleichgewicht eben das Kooperationsgleichgewicht war. Wer abweicht, musste damit rechnen, dass es eine Sanktion gab. Entweder durch die Institution selber, die aber eigentlich wenig Mittel haben, oder eine Sanktion durch die, die über diese Institutionen wachen. Das war wahrscheinlich eine reine Annahme, in dieser Zeit ist ja auch wenig passiert, aber die hat das System vermutlich stabilisiert und diese Kooperationswilligkeit hervorgebracht. Das kann man noch mal expliziter machen, wenn man sich die Entwicklung der Zölle anseht. Auch da sehen Sie Anfang der 90er Jahre, jetzt sind das hier die BRICS-Staaten mit zwei I, also da ist Indien und Indonesien dabei, aber auch in Brasilien Russland, China und Südafrika, der Durchschnittszoll, den diese Länder angewandt haben in den Anfang der 90er Jahre, war über 25 Prozent. Und dieser Zoll ist abgebaut worden auf etwa fünf Prozent bis ins Jahr 2006, 2007 und seitdem sehen wir hier, wie in den anderen Maßnahmen der Globalisierung, auch keine weiteren Fortschritte mehr. Fünf Prozent, da kann man nicht mehr viel machen, Zölle haben ihr natürliches unteres Limit bei Null natürlich, aber es war schon eine Zeit hier wiederum, die außergewöhnlich war. Und auch die entwickelteren Länder, die EU-Rot hier und Nicht-EU-Mitglieder in der OECD, auch da ein Abbau der Barrieren und danach eine seitwärts verlaufende Entwicklung. Und wenn man nach den Transportkosten fragt, auch da kann man Indizes versuchen zu konstruieren, hier ein Index, den die OECD bereitgestellt hat, auch da gab es einen deutlichen Abbau der Handelskosten, damit meinen wir die Kosten des internationalen Transports zum Beispiel von Gütern, die Containerization, wie wir sagen, also dass wir Güter heute in Boxen verpacken und sehr effizient von der Fabrik irgendwo in China verladen können, den Hafen in Ningbo nach Rotterdam schaffen und weiter geht es, bis der Container dann in einem Lager ankommt, irgendwo, wo die Verbraucher auch sind. Also eine Zeit der Globalisierung und die Handelskosten hier haben fast 20 Prozent in dieser Zeit nachgegeben. Seitdem aber sind die Dinge anders geworden. Ist das gut oder ist das schlecht? Nun, was ich Ihnen hier zeige, sind die Ergebnisse einer Studie, auch von der OECD, die die Frage stellt, was wäre eigentlich mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, einem Maß des Wohlstands, wenn wir die Zeit, die zwischen 1990 und 2016 verlaufen ist und Zölle abgesenkt hat, wenn wir diese Zeit zurückdrehen und im Jahr 2016 so täten, als gäbe es die Zölle aus dem Jahr 1990 wieder. Und was Sie da sehen, ist, dass manche Länder sehr erhebliche Einbußen hätten. Indien hier, das sich sehr stark geöffnet hat, sehr stark. Indien war in den frühen 90er Jahren de facto eine geschlossene Volkswirtschaft, da hat man keinerlei Importe zugelassen. Das ist wahrscheinlich das größte und am wenigsten beachtete Erfolgsmodell dieser Zeit gewesen. Das würde, wenn man diese Zölle wieder einführen würde, fast 25 Prozent seines Pro-Kopf-Einkommens verlieren. Das sind Modellrechnungen, ob das jetzt 25 Prozent sind am Ende oder doch 30 oder doch nur 20, da lege ich nicht meine Hand ins Feuer, zumal das auch Zahlen der OECD sind, nicht mal meine eigenen. Aber was wir klar sehen, ist, da geht es um was. Das hat etwas bewegt und vor allem deswegen bewegt, weil hier die Arbeitsproduktivität, das ist der Beitrag hier rot gefärbt, deutlich zugenommen hat. Indien hat durch die Teilnahme der Arbeitsteilung Produktivitätsvorteile erwirtschaften können. Aber auch ein Stück weit mehr Kapital pro Arbeitnehmer, was auch ein Treiber ist, der das Pro-Kopf-Einkommen erhöht. Und Sie können jetzt hier nach rechts wandern, hier haben wir China, 15 Prozent würden verloren gehen, wenn man zurückgeht auf die Zeit von 1990. Für die USA wären 6 Prozent, Deutschland, wenn das hier möchte, genau, Deutschland in derselben Größenordnung in etwa. Und wenn Sie dann hier rechts schauen, ich habe Ihnen aus einer großen Datenbank von vielen Ländern nur ein paar herausgezogen, die mir interessant schienen. Wenn Sie hier nach rechts laufen, Griechenland zum Beispiel, dann sehen Sie, für die Griechen wäre das keine große Tragödie, weil Griechenland paradoxerweise, trotz der Abwesenheit von Zöllen und hohen Handelskosten, wenig teilnimmt an der internationalen Arbeitsteilung. Und wenn da neue Barrieren entstehen, ist da auch der Verlust nicht so groß. Oder die Türkei, die schon teilnimmt an der internationalen Arbeitsteilung, aber nicht über den Handel. In der Türkei wird sehr viel lokal produziert. Und der Tourismus, der für die Türkei sehr wichtig ist, unterliegt keinerlei Töllen natürlich. Aber Sie sehen, da ist was geschaffen worden, das von einer Größenordnung ist Österreich noch mal hier bei knapp 5 Prozent, das durchaus wichtig ist. Und das Ganze zwischen 1990 und 2008, also in nicht mal 20 Jahren. All diese schönen Dinge unterstellen, dass es Politiker gibt, die sich hier in Genf bei der WTO treffen oder Freihandelsabkommen schließen mit Handelspartnern und die motiviert sind von der Sorge für ihre Länder, das Pro-Kopf-Einkommen zu erhöhen. So wie das im letzten Bild auch der Fall war. Aber was diese Vorstellungen nicht beinhalten, ist die Idee, dass es da auch um Macht gehen kann. Und die Macht, wer dominiert wen, das ist inhärent etwas, das mit dieser Positiv-Summen-Logik nicht zusammengeht, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe. In dieser Matrix, wenn Sie sich erinnern, wenn beide kooperieren, sind beide besser gestellt. Das ist die Vorstellung da. Aber wenn es darum geht, der eine wie den anderen dominieren, dann kann es nur einen Gewinn ergeben, dann sind wir in einer Nullsummen-Logik. Und das ist der Unterschied, glaube ich, den man hier herausarbeiten muss. Und übrigens ein Unterschied, den Adam Smith damals schon gesehen hat, vor 240 Jahren. Er hat nämlich in demselben Kapitel, wo er den Lobpreis auf die internationale Arbeitsstellung gesungen hat, auch gesagt, Defense is of much more importance than opulence. Das steht auch da drin. Und er hat sogar in diesem Kapitel, Kapitel 2, in Buch 4, die damals von Großbritannien verhängten Maßnahmen gegen die Holländer, die nämlich mit ihren Schiffen die Monopolstellung Großbritanniens im internationalen Seeverkehr angegriffen haben, verteidigt und hat gesagt, aus nationalen Sicherheitsgründen müssen wir zusehen, dass die Holländer keine große Schifffahrtsindustrie bekommen, denn dann könnten die uns abschneiden von den nationalen Handelswegen. Er hat also, obwohl er der große Champion des Freihandels ist und einer der Begründungsväter des liberalen ökonomischen Denkens in diesem Bereich, durchaus auch Argumente geliefert, die eine Beschränkung des Außenhandels zulassen. Und zwar über die Frage der nationalen Sicherheit. Weil latent in der damaligen Zeit natürlich, 1776, Zeit des Siebenjährigen Krieges und anderer Auseinandersetzungen, der Verdacht da war, dass wenn man sich öffnet und sich in Abhängigkeit begibt eines anderen Landes, also wenn England seine Flotte nicht mehr gehabt hätte und die Holländer hätten die britischen Märkte bedient, dass man sich dort in eine sicherheitspolitische Zwangslage bewegt. Das hat Smith sehr deutlich gesehen. Aber die Positivsummenlogik, die wir in dieser Zeit zwischen 1990 und 2008 sehr stark überall hatten, in allen großen Institutionen, in unseren Lehrbüchern, in den Lehrseelen auch, die hat diese Problematik der Sicherheit nicht und sie hat auch die Problematik des Politischen nicht, dass Außenpolitik auch mit dem Wunsch einhergehen kann, einen anderen, einen Rivalen, international auf Distanz halten zu wollen. Was ist dann, was vorkommt in unseren Modellen? Ich habe vor ein paar Jahren einen Aufsatz geschrieben über Trade Wars, das ist fünf Jahre her, und dort wird natürlich, wie das sozusagen typischerweise der Fall ist in unseren Arbeiten, unterstellt, dass es in jedem Land, das da miteinander interagiert, einen gutmeinenden Diktator gibt, der ein Wohlfahrtskriterium maximieren will. Und zwar den Absolutwert eines Wohlfahrtskriteriums. Der kümmert sich darum, was zum Beispiel der Pro-Kopf-Konsum von Gütern oder von Freizeit in einem Land ist. Und je mehr, so besser. Wir wollen viele Güter konsumieren und Dienstleistungen, wir wollen viel Freizeit haben, da können Sie noch beliebige andere gute Dinge hineinschreiben. Und was uns interessiert, das ist die liberale Grundannahme, ist der Absolutwert. Mehr Konsum zu haben, ist per se gut. Und wir kümmern uns gar nicht, was irgendwo anders passiert. Nicht, dass in einer solchen Freihandelssituation vielleicht auch ein anderes Land seinen Pro-Kopf-Konsum von Gütern und Freizeit steigern kann, das ist weder ein Ziel für uns, noch ist es etwas, worüber man sich Sorge machen muss. Wenn man entwicklungspolitisch motiviert ist, will man sagen, es ist ja gerade richtig, dass auch im Ausland Vorteile erzielt werden. Aber es ist nicht die Motivation des heimischen, gutmeinenden Diktators. Warum hat das das Denken so dominiert? Ja, weil wir seit dem Zweiten Weltkrieg eben diesen Rahmen hatten, die Pax Amerikaner, die Garantie, dass jedenfalls in der westlichen Welt und innerhalb der westlichen Länder keine Ausbeutungssituationen zustande kommen. Dass, wenn sich die Länder an die Regeln halten, nicht das eine Land das andere ausnutzt, wenn es die Gelegenheit dazu hat, weil ein Land vielleicht ein Gut herstellt, das das andere dringend braucht und umgekehrt. Also dieses prinzipiell friedvolle Umfeld hat zu dieser Annahme gepasst. Die Frage ist, ob das heute noch wirklich korrekt ist. Und in der Geschichte kann man auch, und deswegen auch das passt ganz gut, in diesen Saal und in die Zeit, in der dieser Saal entstanden ist. Das ist ein bisschen früher, Jean-Baptiste Colbert, der eine Prototheorie der Ökonomie entwickelt hat, im Hochbarock in Frankreich, der aber nicht diese liberale Grundannahme unterstellt hat, sondern etwas anderes, da geht es nämlich wirklich knallhart um die Maximierung von Macht, um den Einfluss der Grande Nation. Und was da wichtig ist, ist nicht sozusagen das Prokopfeinkommen meiner Bürger, sondern es ist das relative Bruttoinlandsprodukt, und zwar relativ meines gegenüber zu den meiner Rivalen. Und wenn Frankreich schneller wächst, schneller sozusagen die Kapazitäten entwickelt, eine Armee auszustatten, als England oder als Österreich, dann ist das erstrebenswert und positiv, selbst wenn da Prokopfeinkommen darunter leiden sollte. Und die Logik ist eine ganz andere, denn hier haben wir eben eine machtpolitische Logik, die nicht Win-Win, sondern Win-Lose-Ergebnisse zeitigt. Eine Nullsummenspiellogik. Und das ist es, was den Merkantilismus ausgezeichnet hat. Es geht in einer Spielart zum Beispiel darum, Gold zu horten, Gold, das auch nur einen Besitzer haben kann, um damit sich zu versichern gegen Kriegerische Maßnahmen der anderen, die, wenn sie viel Gold haben, in der Lage sind, viele Soldaten auszustatten oder einzukaufen, wenn es selten Armee sind. Und ein bisschen erinnert man sich heute, denke ich, wenn wir an die Rivalität zwischen USA und China denken, an diese Zeit von Colbert, wo es nicht, wie 200 Jahre später, darum ging, die Wohlfahrt in einem wohlverstandenen ökonomischen Sinn zu maximieren, sondern die Potenz von Ländern. Und wenn Sie sich die Wirtschaftsdaten anschauen, der großen Blöcke der Weltwirtschaft, dann sehen wir, wie sehr Rivalität heute das Bild prägt. Was dieses Bild hier zeigt, ist der Anteil von drei Blöcken am Weltbruttoinlandsprodukt in den letzten 60 Jahren, von 1960 bis 2020 und in den kommenden 40 Jahren, bis 2016. Also eine sehr mutige Projektion. Das ist schon ein bisschen frech, 40 Jahre in die Zukunft hineindenken zu wollen, aber die Demografie, die das hier stark treibt und sogenannte Nachhol-Catch-Up-Prozesse, die wir auch gut beschreiben können, glaube ich, lassen es durchaus zu sinnvoll, über solche Übergänge zu reden. Und was Sie hier sehen, ist zum einen die USA, das ist die dunkelblaue Linie, und die Eurozone mit den 15 Kernmitgliedern, festgehalten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und Sie sehen, dass diese beiden Blöcke, die USA und auch Europa, seit 1960, ja, tendenziell und ab 2000 mit erhöhter Geschwindigkeit, Anteile verlieren. Also der Anteil an der Weltproduktion geht zurück und rot ist der Anteil Chinas. China dümpelt hier bei drei, vier Prozent herum in den 60er Jahren mit desaströsen ökonomischen Zuständen in diesem Land, berappelt sich langsam und kommt in einen Aufholprozess. In 2012, 2013 überholt China Europa. Das ist hier die Frage, wie misst man eigentlich den Wert der Weltproduktion? Das ist hier in konstanten Westdollar aus dem Jahr 2010 gemessen. Man kann auch in Kaufkraftparitäten, das ändert sich ein bisschen die Schnittstellen, aber das Bild qualitativ bleibt ganz ähnlich. überholt also hier Europa, die Eurozone und im Jahr 2020, nach diesen Projektionen, nächstes Jahr also, würde China die USA überholen. Für einen liberalen Ökonomen ist das ein Non-Event. Das ist mir vollkommen egal. Ich habe auch Österreicher nicht eingezeichnet, das würde man gar nicht sehen. Trotzdem geht es uns gut. Wir werden älter und leben lang und gesund und in Wohlstand. Da könnte es uns also vollkommen egal sein, dass da irgendwelche Länder andere überholen. So, where's the problem? In einer Positivsummenlogik gibt es kein Problem, aber in einer Logik, in der es um Dominanz geht und weil wir zu wenig Vertrauen haben, um die Sorge immer dominiert zu werden und diese Dominanz uns ausliefert, da sind solche Bilder plötzlich relevant. Und ich denke, was wir sehen, ist, dass wenn solche Crossings stattfinden, geostrategische Rivalitäten dazu führen, dass auch handelspolitisch Instrumente verwendet werden, die plötzlich geostrategische Bedeutung haben. Also, dass man war by other means betreibt, wie das zwei Kollegen aus Harvard in einem Buch 2017 beschrieben haben. War by other means, weil es eben darum geht, ich will nicht von den Chinesen dominiert werden. Jetzt kann man sagen, naja, was ist da eigentlich noch zu sehen in diesem Bild? Das ist zum einen zu sehen, dass die Europäer und die Amerikaner gemeinsam, wenn man diese beiden Kurven addiert, auch hinten raus durchaus noch mehr Gewicht hätten als China. Also, da wäre eine, selbst in diesem Nullsummenspiel, ein Anreiz da zu kooperieren, wenn zwischen Europa und USA die Konkurrenz, Wertvorstellungen oder das Vertrauen untereinander höher ist. Und Sie sehen auch, dass ungefähr 2043 hier, nach diesen Projektionen, aber ich habe schon welche gesehen, da ist der Höhepunkt Chinas schon in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts, wo China nicht mehr weiter zulegt. Und möglicherweise geht das schneller, als wir es uns gedacht haben. Die Flaute in China, die jetzt spürbar ist, das ist etwas, das nicht temporär ist, sondern wir haben in China eine strukturelle Verlangsamung, einfach weil China sich näher heran arbeitet an das, was die technologische Grenze darstellt. Jetzt dieses Bild nochmal mit anderem Maßstab und was ich dagegen halten möchte, ist nochmal China hier, Sie sehen, hier ist der Maßstab 0,60, weil ich hier die G7-Länder, das sind die großen Industrieländer der Welt, zusammengezählt habe, um Ihnen zu zeigen, dass auch in der langen Frist der Westen, wenn man will, da ist Japan mit dabei, aber sonst sind das die westlichen Industriestaaten, auch in der langen Frist mehr auf die Waagschale bringen als China. Jetzt kann man sagen, da hat er sich vielleicht verrechnet, da gibt es gewisse Unsicherheiten, vielleicht geht es hier noch weiter nach oben und hier noch stärker nach unten, aber was man deutlich sehen kann, ist glaube ich, dass diese geostrategische Rivalität, die man zwischen China und den USA sieht, nicht in der Weise brisant ist, wenn man sie zwischen dem Westen klassisch definiert und China sieht. Jetzt können wir zurückgehen in unser Gefangenen-Dilemma und die Frage stellen, was ist eigentlich von diesen theoretischen Überlegungen zu halten, wenn wir nicht zwei Länder haben, die gleich sind, sondern ein großes Land, die USA, und ein kleines Land, China. China ist zwar groß und hat mehr Einwohner, aber lange Zeit, wie Sie gesehen haben, hat China das geringere Pro-Kopf-Einkommen, das kleinere Bruttoinlandsprodukt, auch ein kleineres Pro-Kopf-Einkommen, und die Vorstellung hier in diesem Bild ist, dass es ein großes Land gibt mit einem großen Binnenmarkt, das hat also einen starken Hebel, wenn Sie es so mögen, und ein kleines Land, das einen kleinen Binnenmarkt hat. Und ich habe hier ein bisschen die Matrizen, die Einträge hier verändert, sodass bei Kooperation das große Land nur fünf Einheitenvorteil hätte, das kleine Land aber 15, das ist so, wenn Sie einen kleinen Binnenmarkt haben und Sie kooperieren mit einem großen, dann haben Sie Zugang zu sehr viel mehr Ressourcen, zu sehr viel mehr Möglichkeiten, das ist für Sie viel wertvoller. Es gibt eine Asymmetrie hier in den Auszahlungen, die dazu führt, dass das kleine Land mehr als Kooperation ziehen kann, als das große Land. Wenn die Kooperation nicht stattfindet, sind wir wieder da, bei 0,0. Und auch hier gilt, das, was sich in einem nicht kooperativen Zusammenhang einspielen wird, das Gleichgewicht, dieses hier sein wird, wo beide Länder nicht kooperieren. Aber der Punkt ist, dass in dieser asymmetrischen Situation das große Land auf weniger verzichten muss, nämlich auf die fünf, als das kleine Land, das auf die 15 verzichten muss. Und wenn die Logik eine Nullsummenlogik ist, wenn es also darum geht, das kleine Land klein zu halten, den Abstand zwischen dem großen und dem kleinen Land möglichst lange hoch zu halten, dann greifen Mechanismen nicht mehr, wie die WTO-Mechanismen, die uns hier hinführen sollen, weil, sorry, die uns in das Kooperationsgleichgewicht führen sollen, weil dieses Kooperationsgleichgewicht das kleine Land größer relativ zu dem großen Land macht. Also Kooperation führt hier dann dazu, dass China schneller diesen Punkt erreicht, wo es die Amerikaner übertrumpfen kann. Jetzt haben wir die WTO erfunden, 1995, davor gab es den GATT, das General Agreement und all diese Institutionen waren sozusagen angedacht, Kooperation herzustellen und waren ausgedacht mit dieser Positiv-Summen-Logik. Wenn jetzt aber diese Positiv-Summen-Logik gar nicht mehr hält, weil es darum, weil plötzlich eine geostrategische Rivalität wieder da ist, die von 1990 bis 2008 nicht sichtbar war und vorher im Westen auch eindeutig geklärt war, da gab es die USA und sonst nur kleine unwichtige Staaten, mit der Sowjetunion hat man sowieso nicht gehandelt. Wenn die Welt eine andere ist, dann sind all die schönen Mechanismen, die wir für die WTO eingeführt haben, die auf dieser Positiv-Summen-Logik beruhen, nicht mehr förderlich. Es gibt eine große Literatur, die Theory of the WTO, da haben sich Spieltheoretiker viel Gedanken gemacht, einer meiner besten Doktoranden ist gerade in Stanford bei einem dieser Kollegen und was sie feststellen, ist, dass die Protokolle, die man in der WTO, das Reziprozitätsidee zum Beispiel, die man hat, die dazu führt, dass wir zu Kooperationen kommen, dass diese Logiken nicht mehr halten, wenn sozusagen das übergeordnete Denken nicht mehr ein Positiv-Summen-Denken ist, sondern ein Null-Summen-Denken. Kann man vor dem Hintergrund des Gesagten die aktuellen Handelskonflikte verstehen? Ich glaube schon, das hilft, es hilft, Aspekte zu verstehen, über ein Thema spreche ich hier gar nicht, nämlich, dass die Zeit zwischen 1990 und 2008 uns alle reicher gemacht hat, ja, mit hoher Sicherheit, aber die Ungleichheit in unseren Gesellschaften wahrscheinlich erhöht hat, da gibt es viele Anzeichen, die dafür sprechen, Handel hat wahrscheinlich gar nicht mal eine besonders große Rolle gespielt, aber eben auch eine Rolle und weil Handel gemacht wird, wir reden ja hier dauernd von Politikern, die Zölle absenken, hat Handel einfach eine andere Salience, wie wir sagen, das ist sichtbarer und bedeutender. Technischer Wandel hat wahrscheinlich die Ungleichheit stärker getrieben, aber technischer Wandel wird nicht gemacht, sondern passiert, nicht? Und deswegen hat es eine andere politische Bedeutung. Aber ich möchte gerne auf diese geostrategische Dimension zurückkommen. Was Sie hier sehen, leider nicht ganz ohne Darstellungsfehler, leider, was Sie hier sehen, ist die Leistungsbilanz der USA. Die 2018er Daten hier ganz am Rand sind erst, glaube ich, zwei, drei Tage alt, also das ist wirklich ganz frisch. Was Sie da sehen, die schwarze Linie hier, ist, dass die Amerikaner so knapp 500 Milliarden US-Dollar Leistungsbilanzdefizit produziert haben im Jahr 2018. Und das ist eine Größenordnung, die hier schon seit 2010 anhält. In der Zwischenzeit, bis 2007 war das Defizit noch mal größer. Was Sie auch sehen, ist, dass vor allem dieses Defizit hier im roten Bereich zustande kommt bei den Gütern. Die Amerikaner importieren mehr Güter, als sie exportieren. Und was Sie aber auch sehen, ist hier grün, Dienstleistungen, das ist umgekehrt, die Amerikaner exportieren mehr Dienstleistungen, als sie importieren. Und, ganz interessant, hier orange, das sind Kapitaleinkommen, sogenannte Primäreinkommen, wo die Amerikaner deutlich höhere Einzahlungen haben als Auszahlungen. Aber für den Herrn Trump ist das hier nicht wichtig, das hier nicht wichtig, auch die sogenannten Sekundäreinkommen, die negativ sind, das sind die Beweisungen der Migranten nach Hause, keine Gegenleistung da ist, auch das scheint ihm nicht wichtig zu sein. Alles, worüber er twittert, ist hier diese rote, das sind diese roten Balken. Das sind die Nettoexporte von Gütern. Und die Logik, die hier angewandt wird, ist die, dass die Tatsache, dass die USA viele physische Güter nicht selber herstellt, sondern aus dem Ausland bezieht, die USA irgendwie schwach macht. Der liberale, neoklassische Ökonom kann das nicht verstehen, aber für einen Machtpolitiker ist das ziemlich klar, was da vor sich geht. Wenn die USA das Stahl importieren muss, mit dem Flugzeugträger gebaut werden, dann hat das auch sicherheitspolitische Implikationen. So kann man sich das jedenfalls vorstellen. Und wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass ich diesen Stahl jederzeit zu fairen Konditionen auf den Weltmärkten bekomme, muss ich diesen Stahl selber produzieren. In einer Welt, in der wir in Rivalitäten leben und in der kein Vertrauen herrscht, nicht ausgebeutet zu werden, ist das ein Argument, das man machen kann. Und die Frage dann, wenn ich ein so großer Nettoimporteur bin von Gütern, was kann ich tun? Der US-Präsident sagt, Handelskriege leicht zu gewinnen. Auch das, der liberale Ökonom schüttelt sich und denkt sich, der spinnt ja. Das ist nicht vorgesehen in unseren Lehrbüchern. Das ist in der Tat nicht vorgesehen. Aber es geht möglicherweise gar nicht darum, das zu tun, was wir in den Lehrbüchern unterstellen, dass Politiker tun, nämlich das Pro-Kopf-Einkommen zu maximieren. Das ist wahrscheinlich gar nicht sein Ziel. Und wenn er seine E-Mails und seine Tweets schreibt, dann sind das Tweets, die sich gegen Europa richten. Aber in Europa, wenn man in die Daten schaut, merkt man auch wieder, es geht ihm wahrscheinlich nur um die Güter. Das ist wieder hier ein Defizit der Amerikaner im Güterbereich. Die Amerikaner erwirtschaften aber so viel Einkommen bei uns, dass insgesamt die Leistungsbilanz der Amerikaner sogar positiv ist mit Europa. Das ist etwas, das glaube ich jetzt auch im Weißen Haus bekannt ist mittlerweile, aber nicht sozusagen in den Tweets des Präsidenten. Für den ist Stahl und Aluminium das Entscheidende. Und wenn wir China ansehen, ja, da ist es nochmal deutlich ausgeprägter und da gleichen auch diese Dinge hier den Saldo nicht aus. Also wenn die chinesische, die chinesische Rivalität das ist, was die amerikanische Politik dominiert, dann ist hinter diesen Zahlen die ökonomische Argumentation versteckt. Seit 2009 hat sich über die Zeit, über die Jahre ein Protektionismus breit gemacht, der nicht in den Zolldaten abzulesen ist, die habe ich Ihnen ja gezeigt, auch nicht in den Transportkosten, Transport ist eher billiger geworden, die Logistik hätten effizienter geworden, sondern sich in vielen unterschiedlichen kleinen Schritten ereignet hat. Und was diese Grafik hier tut, ist, sie zählt protektionistische und auch liberalisierende Maßnahmen in der ganzen Welt, oft im Kleingedruckten von irgendwelchen Gesetzen. Zum Beispiel in der Genehmigung einer Pipeline in den USA, wo mit Nebenbedingungen gesagt wird, für die Genehmigung muss bitte aber amerikanisches Stahl eingesetzt werden. Wenn Sie das addieren, das machen Kollegen in St. Gallen, dann kommen Sie hier seit 2009, wo wir mit 2008 und mit null Staaten für das Jahr 2018 bei etwa 13.500 solcher Maßnahmen raus. Hier tut man etwas, das habe ich getan, was man gar nicht tun sollte als Ökonom, nämlich Äpfel und Birnen und Bananen und sonstige Gewächse miteinander zu addieren. Da kann man auch sehr viel subtiler vorgehen, aber das Bild ist schon so, dass es einen dramatischen Aufbau gegeben hat seit der Weltwirtschaftskrise an solchen Maßnahmen, die wir gerne als murky protectionism bezeichnen, also als schmutzigen Protektionismus, weil ein Zollsatz, ja, die Zölle sind nicht wirklich gestiegen, es sind andere Maßnahmen. Welche Maßnahmen sind das? Neben den Zöllen, die es natürlich weiterhin gibt, sind das Dinge wie Subventionen, hier, Exportanreize aller Art, ja, auch Zollmaßnahmen, aber auch sogenannte Handelsschutzinstrumente, Maßnahmen der öffentlichen Beschaffung, wo man Ausländer nicht zulassen will und viele andere Dinge auch. Also es sind durchaus neben den Zöllen die Dinge, die Adam Smith als Bag of the Neighbor begriffen hat und die ich Ihnen vorher in meiner kleinen Taxonomie aufgeführt habe. Nicht der referen Barrieren, sondern im bürokratischen Bereich und eben auch Subventionen. So hat sich die Welt also in den letzten Jahren produktionistischer gemacht. Und wenn wir jetzt Adam Smith wieder in Erinnerung rufen, ja, gut, Adam Smith mit Donald Trump auf ein Bild zu packen, das wäre dann zu, das wäre schon fast obszölen, das kann man nicht machen, aber es ist schon ganz nahe dran, nicht? Wenn Smith sagt, Defense, more potent and opulence und Sie lesen die zwölfte Änderung der deutschen Außenwirtschaftsverordnung, wo man sagt, wir müssen versuchen, die Chinesen rauszuhalten aus unseren 5G-Netzen und solche Dinge, das steht da im Gesetz natürlich nicht drin, aber es werden Maßnahmen beschlossen im Winter letzten Jahres, die genau das zum Ziel haben, oder wenn Sie die europäische Investitions-Screening-Direktive ansiehen, oder dann natürlich die Trumpschen Zölle auf Stahl und Aluminium. Die sind also aus diesem Sicherheitsdenken heraus motiviert und das internationale Recht erlaubt das auch. Artikel 21 im GATT sagt, wenn ein Land in seiner nationalen Sicherheit bedroht ist, dann kann es natürlich Zölle einheben und ist nicht gebunden durch die Verpflichtungen in diesen Gesetzen. Das hat aber die WTO, eine kleine, wirklich kleine, aber sehr feine, bisher sehr effiziente Institution in Genf, ziemlich in ihren Fundament erschüttert. Denn die Logik, auf der sozusagen die WTO gebaut ist, ist diese Positivsummenlogik und ist die Logik, dass da ein Hegemon ist, der die Regeln, der die Einhaltung der Regeln sicherstellt. Wenn das nicht mehr der Fall ist und der Hegemon selber sagt, ich fühle mich in meiner nationalen Sicherheit bedroht, was für ein Hegemon ja eine Ansage ist, das widerspricht sich ja eigentlich, dann kann er kein Hegemon mehr sein, wenn er sich fürchten muss. Wenn der Hegemon aber, der sozusagen die Logik dieser Institution begründet hat, davon geht, sich davon macht, dann fällt für dieses Welthandelssystem die fundamentale Existenzberechtigung weg oder die fundamentale Boden, auf dem das Gebäude hier steht und das dazu führt, dass es funktionieren kann. Was machen wir Handelsforscher? Wir versuchen unterschiedlichste Szenarien, die jetzt da im Raum stehen, zu quantifizieren. Da gibt es Nachfrage aus der Politik, aus den Verbänden, auch die Kollegen. Wir wollen einfach gerne wissen, welche Bedeutung das hat, was vor sich geht, quantitativ vor sich geht. Und was wir tun können, ist Theory with Numbers zu betreiben. Das kann man tun, indem man Elemente, klassischer Handelstheorie verwendet, die schon Riccardo gekannt hat und sie verbindet mit neueren Vorstellungen, zum Beispiel der Produktdifferenzierung, dass Stahl nicht gleich Stahl ist, wenn Sie die Föst besichtigen, die werden Ihnen sagen, da gibt es ganz viele verschiedene Stahlvarianten, die nicht perfekt miteinander austauschbar sind, das kann man alles sozusagen umsetzen und Ideen von Paul Krugman, der vor zehn Jahren ungefähr Nobelpreis bekommen hat für diese Art von Modellierung und Sie können es verbinden mit etwas, das hier die Ökonomen von den Physikern klauen, nämlich die Vorstellung einer Gravitationsgleichung, dass Massen zwischen zwei Ländern und Distanzen zwischen zwei Ländern Volumina von Handel determinieren. Das ist ein Gesetz in der empirischen Handelsforschung, das wahnsinnig gut funktioniert. Es funktionieren wenige Gesetze in der Ökonomie gut, aber das funktioniert wirklich empirisch jedenfalls sehr schön und es gibt eine relativ moderne Arbeit, auf die man aufbauen kann, das haben wir auch gemacht in vielen Arbeiten, um das hier zu erweitern noch für viele Länder, weil die Welt hat nun mal nicht zwei Länder wie in meinen Matrizen, sondern wie viele Länder hat die Welt, wer weiß es, die 220 oder vielleicht doch nicht, nicht alle sind souverän, zählen wir nun Monaka und Andorra mit, also das ist, oder Puerto Rico, ist das ein Land, egal. Also wir haben hier bis zu 140 Ländern, ganz viele Sektoren, wir wissen, dass die Produktionsbeziehungen komplex sind, wir verwenden nicht nur heimische Arbeit oder heimisches Kapital zur Produktion, sondern wir verwenden auch produzierte Güter, die teilweise importiert werden können, wir brauchen also eine große internationale Input-Output-Matrix, das ist alles ein bisschen unterschiedliche Arbeit, aber man kann sich so ein Weltmodell zurechtlegen und testen, wie funktioniert das und es funktioniert eigentlich ganz gut, wir können reproduzieren mit diesem Modell die Handelsflüsse, wie wir sie beobachten in der Welt, ziemlich gut, also mit einem hohen Fit, wie wir sagen und auch die Out-of-Sample-Eigenschaften, die sind gut, ich sage nicht sehr gut, das wäre eine Lüge, aber sie sind nicht schlecht. Also mit dieser Art von Theorie kann man dann versuchen herauszufinden, was passieren würde, wenn, wir können also unsere kleinen Spielchen spielen, was passiert, wenn Donald Trump Autozölle erhebt, was passiert, wenn der Handelskonflikt zwischen China und USA eskaliert, was passiert, nicht nur für die beiden, sondern auch für die Agrarwirtschaft in Zimbabwe, das kann man auch machen mit dieser Modellierung, die Datenqualität natürlich in dem Fall ein großes Thema. Was wir schlecht machen können, ist die Unsicherheit zu modellieren und was wir immer unterstellen, ist das Handelsbarrieren, wenn sie eingeführt werden, auch bleiben. Jetzt weiß aber jeder, dass solche Zölle, wenn Trump sie einführt, vielleicht nur aus taktischen Gründen eingeführt werden, für fünf Jahre, vielleicht nicht mal das. Ich führ die Zölle ein, um sie wieder wegzuverhandeln. In dem Sinne ist alles, was jetzt kommt, worst case. Aber es ist sehr schwer, wir können natürlich jetzt sagen, liebes Modell, wir führen mal die Zölle ein für ein halbes Jahr und dann tun wir sie wieder raus, da kann man auch alles machen. Da müsste man aber gute Annahmen haben, wie dieser Pfad aussieht und man muss dann noch in der Lage sein, zu interpretieren, was da passiert, weil was da vorgeht, ist ziemlich komplex. Wenn Sie einen Zoll einführen dazwischen Europa und den USA bei Autos, dann betreffen Sie einen Sektor von den 57 und ein Paar, nämlich die USA und Europa, in einem Setup, wo Sie ganz viele Sektoren haben und auch ganz viele Paare. Wenn wir 140 Länder haben, dann haben Sie in etwa 140 Quadratpaare. Das ist eine sehr große Zahl und wir schocken gerade ein Sektor in einem Paar. Und der ganze andere Rest, der passt sich dann sozusagen an, weil wir Preisverhältnisse verändern, Produktionsstrukturen sich verschieben und dann kann man eben auch messen, was ein solcher Zolleffekt zwischen den USA und Europa in einem Sektor, nämlich bei den Autos, für, weiß ich nicht, den Mining-Sektor in Brasilien bedeutet. Da finden wir Effekte. Sehr kleine, aber doch. Das ist eine, bitte, eine? Naja, das heißt, dass die Produktionsfunktion, mit der hier Arbeit und Kapital in Output umgewandelt wird, dass wir die hier nicht abhängig machen von den Zöllen. Ja, kann man anders machen, gibt es auch Arbeiten dazu, haben wir am IFO ein bisschen gearbeitet dazu, das habe ich heute hier nicht mitgebracht. Auch die Beschäftigung halten wir konstant, aus einem ähnlichen Grund, weil die Konsensmeinung eigentlich ist, dass die Handelspolitik die Beschäftigung nicht verändert, dass die durch andere Größe getrieben wird, durch die Arbeitsmarktinstitutionen, durch die makroökonomische Situation, Geldpolitik und Fiskalpolitik und nicht so sehr durch die Zölle. Das sind empirische Ergebnisse, die die Modellierung hier beeinflussen. Aber, wie gesagt, Sie haben schon recht, man muss alles, was da kommt, mit einem gehörigen Cum granosalis sozusagen ansehen. Das ist ein Kaviat, das ich sicherlich nicht verschweigen darf. Aber wir lernen schon was, das wäre meine Hoffnung. Sinn der amerikanischen Handelskonflikt. Was passiert, wenn? Also was passiert, wenn die beiden aufeinander losgehen? Und zwar, was passiert in den USA und in China? Einerseits haben wir ja schon eine Abweichung von dem langjährigen State-to-State oder der langjährigen Situation vor Donald Trump. Es sind ja schon Zölle eingeführt worden. Nicht auf die Gesamtheit des Handels, aber es sind ungefähr 250 Milliarden Dollar an Importe aus China mit Zöllen belastet. Und umgekehrt sind es ungefähr 110. Also da ist schon was passiert. Die Frage ist, was macht das? Nun, und wenn wir so ein Modell nehmen, so ein ricardianisches, modernes, mit Zahlen gefüttertes Modell nehmen, dann sehen wir, dass das für die USA einen kleinen Vorteil bringt. Hier haben wir pro, hier haben wir Milliarden sind das hier, US-Dollar, vier oder so, die hier als zusätzlicher Bruttoinlandsprodukt in den USA entstehen würden. Aus diesen Back-of-thein-neighbor-Überlegungen, die ich Ihnen vorher dargestellt habe. Das sind die Mechanismen, die im Hintergrund hier wirken. Also positiv. Aber China wird einen hohen Preis dafür zahlen und sehr viel mehr verlieren, als die USA gewinnen. Also das ist ganz klare Nullsummen-Logik. Einer verliert, einer gewinnt. Und der, der verliert, verliert hier mehr als der Gewinner. Was hier unterstellt ist, ist, dass nur die Amerikaner dieses Spielchen spielen. Wenn die Chinesen sich wehren, dann sieht die Situation plötzlich ganz anders aus, dann haben wir nämlich Lose-Lose. Aber ein Lose-Lose wiederum, das asymmetrisch ist. China verliert mehr als die USA. Und wenn der Sinn der Übung dieses Handelskriegs nicht ist, das Pro-Kopf-Einkommen zu maximieren, der Amerikaner, das scheitert hier natürlich, sobald die Chinesen dagegen halten, sondern den Abstand mit China zu vergrößern, dann ist das erfolgreich. Also wenn Sie sich an den Tweeterinnen erklären, easy to win, wenn wir wirklich die Metapher des Handelskrieges ernst nehmen, des Krieges. In den Krieg zieht man und man muss Opfer bringen. Man zieht mit Soldaten hin und man kommt mit weniger Soldaten zurück. Es bleibt etwas auf dem Schlachtfeld. Ja, das ist diese Größe hier. Aber der Gegner wird stärker geschwächt und wenn das der Fall ist, kann man sagen, man hat den Krieg gewonnen. Das ist eine Logik, die den liberalen Ökonom nicht erfreut. Das ist auch eine, die wir nicht in unseren Lehrbüchern haben, aber die politisch möglicherweise die hier dominierende ist. Und wenn wir das Ding noch eskalieren lassen, also nicht nur einen Teil des Handels belasten mit diesen Zöllen, sondern den gesamten Handel, dann kann die USA den Chinesen wirklich wehtun. Weil, wie Sie vorher gesehen haben, die USA sehr viel mehr importiert aus China, als es nach China explodiert. Das reduziert die Möglichkeiten, der Chinesen dagegen zu halten. Also wenn die Chinesen zurückschießen, was hier bei den rechten Balken gezeigt ist, dann verlieren sie immer noch 30 Milliarden US-Dollar und die Amerikaner verlieren nur 10. Ein Stratege, wenn wir hier nicht über Milliarden reden, sondern über Menschenleben oder über physische Infrastruktur, würde jemand sagen, diesen Krieg, den gewinne ich doch. Ich fürchte, das ist die Realität, in der wir in dieser sino-amerikanischen Auseinandersetzung gelandet sind. Interessant ist aber, was in der EU passiert, da sehen Sie, dass die Balken hier ins Positive hineinreichen, ganz egal, welches Szenario uns wir ansehen. Sie sehen aber auch, dass sie klein sind, 1,2 Milliarden, das sind keine großen Zahlen. Aber, wenn Sie zwei streiten, dann freut sich der Dritte, das gilt nicht nur im Kindergarten, sondern das gilt hier auch wohl auf dieser Bühne. Warum das? Weil durch das Aussperren von Chinesen in den USA sinkt dort der Wettbewerbsdruck für europäische Anbieter und umgekehrt in China. Bestes Beispiel, Huawei. Huawei ist im Wettbewerb mit Nokia und Ericsson. Wenn Huawei aus dem amerikanischen Markt ausgesperrt wird, ist das für Nokia und Ericsson potenziell eine gute Sache. Unsicherheit, die in der politischen Diskussion eine große Rolle spielt, ist in diesen Analysen nicht da. Da können Sie auch sagen, wenn das der Haupttreiber ist, der uns motiviert, dann fehlt gerade dieser hier. Aber etwas, das wir mit dieser Art von Analyse nicht wirklich fassen können. Was auch interessant ist, wenn man sich fragt, was macht eigentlich dieser Handelskonflikt der Amerikaner und der Chinesen mit dem Industriesektor in Amerika, wenn das der Sektor ist, um den es eigentlich geht, weil dort die industrielle Kapazität auch die militärische Kapazität des Landes beeinflusst, dann sehen Sie das auch da. Egal, wie die Amerikaner das, wie es ausgeht, ob unilateral oder echt eine, oder die Chinesen dagegen halten, der Industriesektor zulegt. Das sind ja Prozentpunkte, also um 0,2 Prozentpunkte, das ist nicht viel, aber der Ausgangswert liegt ungefähr bei 0, liegt ungefähr bei 10 Prozent, also haben wir dann 10,2 Prozent. Das ist eine kleine Belebung. Und wenn Sie das eskalieren lassen, so wie vorher beschrieben, also den gesamten Handel damit betreffen, weil die Amerikaner eben vor allem Industriegüter oder eigentlich ausschließlich Industriegüter aus China importieren, dann wird das schon etwas stärker ausgeprägt, dann reden wir hier von 0,67 Prozentpunkten. Also auch da kann jemand, der so merkantilistisch, machtpolitisch motiviert ist, davon sprechen, dass ein solcher Handelskonflikt durchaus siegreich ausgetragen werden kann. Hier würde man meinen, im transatlantischen Bereich sollten wir keine große geostrategische Rivalität haben, da ist man wirklich auch mit meinen beiden Theorien, der kooperativen Postdienstsummenlogik und dieser merkantilistischen Machtlogik, kommt man irgendwie nicht weiter. Was motiviert die Amerikaner hier zu zündeln? Wäre nicht eigentlich die Partnerschaft zwischen diesen beiden Blöcken, Europa und USA, der Weg auch mit China umzugehen, wie die Bilder suggeriert haben? Ja, man versteht es nicht recht. Ich will aber nur kurz zeigen, was man erwarten kann, wenn es tatsächlich zu Autozöllen kommen würde. Auch da kann man das Modell befragen. Hier sieht man wieder leider Gottes, dass solche Zölle für Amerika durchaus positiv wären. Die sektorale Wertschöpfung im Automobilbereich könnte deutlich steigen. Die Amerikaner importieren ja 250 Milliarden Dollar ungefähr an Autos, netto. Das sind also gewaltige Importeure von Autos und Autoteilen. Die Wertschöpfung im Autosektor würde hier um 25 Milliarden zunehmen, wenn die Amerikaner 25 Prozent Zölle erheben, zusätzlich zu den Zöllen, die sie schon haben. Aber das ist nur der Sektor. Dieser Sektor muss ja genährt werden. Irgendwo müssen die Ressourcen herkommen, müssen die Arbeiter herkommen und der Grund, wo die Fabriken stehen und so weiter und so fort. Das heißt, andere Sektoren müssen Feder lassen. Preise werden in die Höhe getrieben. Das reduziert die Kaufkraft der Konsumenten und in das reale Bruttoinlandsprodukt gehen diese Dinge ein. Darum sehen Sie hier den kurzen blauen Balken. Das ist das, was tatsächlich zusätzlich transferiert werden kann aus dem Ausland durch solche Zölle in die USA. Das ist schon viel niedriger. Das ist gerade mal ein Fünftel dieses sektoralen Effekts. Und was Sie auch sehen, ist, dass wir hier runterlaufen, Österreich ist hier mitbeteiligt, Deutschland mit 5 Milliarden BIP-Schaden und etwa 7 Milliarden bei der Wertschöpfung Japan und Mexiko mit noch größeren Wertschöpfungsverlusten. Das wäre also, wenn man so ein Modell verwendet, die Größenordnung, die hier sich einstellen würde. Man fragt, was bedeutet das? 5 Milliarden, ja, was ist das schon für die deutsche Volkswirtschaft? Und das nächste Bild tut das. Da sehen Sie, für Deutschland wären das gerade 0,17 Prozent des BIP. Das ist nichts, was zwischen Rezession und Nichtrezession entscheidet. Unschön für den Automobilsektor, aber für die makroökonomische Situation ein Ärgernis, aber nicht entscheidend. Wichtiger wäre es für Mexiko, das sehr viel stärker angewiesen ist auf den Handel mit den USA, auch für Korea, sogar China, das mittlerweile ein wichtiger Zulieferer von Automobilteilen geworden ist, auch nach Deutschland. Oder hier, das dürfte Ungarn sein, das sollte Ungarn sein, dass ein wichtiger Automobilzulieferer ist in den deutschen Wertschöpfungsketten und prozentuell mehr leiden würde, als das Land, das eigentlich die fertigen Autos in die USA exportiert. Und der letzte, ja, und da könnte man auch dagegenhalten, und da sehen Sie dann das Bild, das Sie vorher auch schon gesehen haben, dass die USA sich durch solche Zölle, jetzt gleich sehen Sie es, wenn das hier klappt, genau, sorry, das war zu schnell gedrückt, dass die USA sich durch solche Zölle durchaus besser stellen können. Jetzt machen wir das händisch, das ist nervig. Auch nicht besser, tut mir leid. Dass sich die USA besser stellen können, hier, unilateral, durch solche Zölle Vorteile erwirtschaften können, dass wenn die EU aber dagegen hält, das sofort abschmilzt und von einer Null kaum mehr zu unterscheiden ist. Das aber bei einer guten, bei einer klugen Wahl von Gegeninstrumenten, die durch dieselbe Bäcker der Neber Logik geprägt sind, die EU sich glattstellen könnte. Da müsste man also die Produkte auswählen, ganz speziell und sehr zielgerichtet, bei denen das gelingt, darüber können wir, wenn Sie mögen, noch sprechen. Ganz zum Schluss noch der Brexit, ich weiß nicht, mein Zeitbudget ist wahrscheinlich schon komplett aus dem Ruder gelaufen. Ganz kurz noch zum Brexit, auch das etwas, das wir, wenn Sie mögen, noch diskutieren können. Da können wir zur Zeit ja eigentlich nur mit einiger Verwunderung nach London schauen und uns fragen, was da eigentlich vorgeht. Auch da, ich verstehe, wer kann, ist schwierig. Was wir übermachen können, was durchaus Unterhaltungswert hat, ist Szenarien durchrechnen. Was könnte passieren, was wenn, und da können wir auch wieder diese Modellwelt verwenden. Und was ich Ihnen hier mitgebracht habe, das ist dann auch wirklich das letzte Slide mit Zahlen. Wir können uns überlegen, was denn ein harter Brexit bedeuten würde. Harter Brexit heißt, es gibt keine vertragliche Abmachung mehr zwischen EU und dem Vereinigten Königreich. Und das Vereinigte Königreich setzt genau die Handelsbarrieren ein, gegenüber allen anderen Ländern, inklusive den europäischen Partnern, aber auch gegenüber dem Rest der Welt, die wir heute in Europa gegenüber unseren Handelspartnern einsetzen, mit denen wir keine speziellen Abreden haben. Also, wir haben 10% Inputzölle auf Autos, Unterstellung hier, die Briten haben nach dem Brexit auch 10% Inputzölle auf Autos, und zwar gegenüber Deutschland, Frankreich, China, Indien, jeweils 10%. Und die Barrieren, administrativer Art, die wir bei Rindfleisch haben, wir lassen nicht jedes Rindfleisch ins Land, kein Hormonfleisch und kein Gammelfleisch, und so weiter und so fort, das verursacht höhere Preise bei uns, weil wir da Qualitätsfilter haben, amerikanisches Rindfleisch kommt bei uns im Prinzip nicht auf den Markt, oder nur Quality Beef aus Kanada zum Beispiel, die Unterstellung, die Briten machen all das auch. Das ist der harte Brexit. Und wenn wir das tun, durch so ein Modell betrachtet, dann verlieren die Briten hier ungefähr 3% ihrer Wirtschaftsleistung. Deutschland 0,7%, Frankreich, Österreich. Österreich ein bisschen weniger, auch hier, geografische Distanz spielt eine Rolle. Sagen die Briten, so kommt das ja nicht, wir werden nicht einfach ausscheiden aus der EU, wir werden Verträge schließen mit den Commonwealth-Staaten, vor allem mit den USA, aber auch mit Indien, mit den ehemaligen Kolonien, wenn Sie so mögen, das können die machen, das Modell sagt, das hilft nicht viel, das reduziert oder halbiert sogar den Verlust, aber es schafft daraus noch keinen positiven Effekt. Warum nicht? Weil diese Handelspartner, über die wir hier reden, klein sind. Indien hat zwar 1,4 Milliarden Menschen, aber ein Bruttoinlandsprodukt, das nur, das deutlich kleiner ist, als das deutsche zum Beispiel. Also Sie können nicht die Europäische Union durch Indien ersetzen, dafür ist Indien zu arm. Sie sehen auch, dass eine solche Strategie in Global Britain für Deutschland, Frankreich, Österreich nicht gut wäre, weil wir ja trotz Handelsbarrieren nach einem harten Brexit weiter ins Vereinigte Königreich explodieren würden und wenn da plötzlich Billigautos aus Indien herumfahren, ist das schlecht für den Smart und für den Polo. Nicht in dramatischem Ausmaß, aber diese Politik würde uns noch ein Stück weit stärker beschädigen. Dann könnte man etwas machen, das manche Kollegen aus Canada Dry bezeichnen, also ein Freihandelsabkommen mit den Briten schließen, dass der Struktur folgt, der Abkommen oder des Abkommens, das wir seit letztem Jahr in Kraft befindlich mit Kanada haben. Das kann man auch machen und Kanada zum Vorbild nehmen. Das wäre gerade für die deutschen, französischen und für die österreichische Wirtschaft eine Erleichterung. Das wären wir sozusagen fast glatt gestellt. Für die Briten verändert das die Größenordnung, aber ein Gewinn wird daraus schon gar nicht. Was die Briten aber auch machen könnten, und das ist mein letztes Szenario, ist, sie könnten sagen, warum soll ich eigentlich, wenn ich ja aus der EU rausgefallen bin, die europäischen Außenzölle anwenden. Das wird immer unterstellt. Das haben alle gemacht. Wir haben das auch gemacht für viele Studien. Und die Kollegen aus vielen anderen Institutionen auch. Und der Harald Oberhofer von der WU auch. Wir unterstellen das alle. Aber warum eigentlich? Was wäre, wenn die Briten auf Zölle verzichten? Warum nicht? Und wenn sie durchwenden, da kommt eine Lieferung französischem Rindfleisch, da könnte man jetzt einen Beamten hineinschicken, einen Hygieniker, der untersucht die Temperatur und die Keimbelastung und dies und jenes. Und der LKW steht drei Stunden in Dover. Aber man könnte auch einfach durchwinken. Also, wenn durchgewunken wird und keine Zölle eingehoben werden, was passiert dann? Dann verbessert sich die Situation für die Briten im Vergleich zum harten Brexit auf einen relativ geringen Schaden von 0,5. Für Deutschland aber, Frankreich, Österreich, ist das so schlimm wie der harte Brexit, weil hier die Unterstellung ist, wir winken nicht durch und wir verzichten nicht auf die Außenzölle. Und wir können auch gar nicht verzichten so leicht, weil dann müssten wir die Außenzölle gegenüber Indien und USA usw. auch absenken, wegen der Meistbegünstigungsregel in der WTO. Die Briten haben aber eine andere Situation vor Augen, die machen das schon, weil etwa 60 Prozent, oder mehr als 60 Prozent deren Importe aus der EU oder aus Ländern kommt, mit denen sie heute durch die EU ein Freihandelsabkommen haben. Das ist interessant, finde ich, weil in einer Verhandlungssituation, wie sie zwischen Vereinigten Königreich und Europa ja bisweilen herrscht, manchmal wird ja auch nach Lösungen gerungen und nicht nur Theater gespielt, dass in einer solchen Situation, die immer die Frage ist, wenn wir uns nicht einigen, was passiert eigentlich. Und dieses, was passiert eigentlich, determiniert die Verhandlungsmacht. Wenn das nicht einigen dazu führt, dass die Briten fast drei Prozent verlieren, Deutschland aber nur 0,7, dann würde man meinen, die Briten haben eigentlich nicht viel Verhandlungsmacht. Und man kann hart umgehen. Man kann sagen, hier ist mein Deal, gefällt dir, ist schön, gefällt dir nicht, schau mal, was du da leiden musst. Und für uns ist es viel weniger dramatisch. Wenn die Briten aber diese Hard-in-Smart-Strategie spielen, dann sieht die Situation anders aus. Das heißt, auch die Outside-Option, wie wir das sagen, also die Verhandlungsmacht ist plötzlich anders verteilt. Das sollte die Europäer eigentlich umgänglicher stimmen. Ich weiß nicht, warum es diese Hard-in-Smart-Vorstellung nicht stärker in die öffentliche Diskussion gebracht hat. Wir haben das, ich habe ja seit 2015 die erste Brexit-Studie gemacht und wir sind immer mit dieser Hard-in-Smart-Logik durch die Welt gelaufen. Erst vor ein paar Monaten und ich habe mir gedacht, so verrückt muss man doch eigentlich sein. Und so verrückt müssen die Briten auch gar nicht im Falle eines harten Brexit sein. Sie können cleverer sein. Wenn sie cleverer wären, dann ist die Situation eine ganz anders verteilte und die Verhandlungsmacht nicht mehr so ungleich. Das hat natürlich große politische Bedeutung. Ganz zum Schluss noch ein paar Punkte, Schlussfolgerungen, wenn Sie so mögen. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir über viele Jahre nicht bedenken mussten, weil es diesen liberalen Hegemon gab, ist, dass internationale Arbeitsteilung Vertrauen erfordert. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, bedeutet internationale Arbeitsteilung Verletzlichkeit. Und wenn man das Gefühl hat, verletzlich zu sein, dann bedeutet das, dass man Barrieren aufbauen will, um diese Verletzlichkeit zu reduzieren. Das ist nicht stupide oder dumm oder unökonomisch, sondern das ist durchaus ein nachvollziehbares Argument. Dieses Vertrauen ist also, was uns fehlt. Und wenn dieses Vertrauen nicht wiederhergestellt wird, glaube ich nicht, dass wir gute Karten haben, wieder sozusagen diese Vorteile der internationalen Arbeitsteilung so zu nutzen, wie zwischen 1990 und 2008. Dieses Vertrauen wird unterminiert durch ökonomische Aufholprozesse. Zum einen, aber nicht nur dadurch, auch durch die innenpolitischen Verwerfungen, die wir in dieser Turbo-Globalisierungszeit erlebt haben, Ungleichheit und viele andere Dinge. Aber es ist eben auch dieser Aufholprozess, die geostrategische Rivalität. Und wir sehen also, dass Handelspolitik verwendet wird unter einer Nullsummenlogik und unter dem Motto War by Other Means. Dieses Buch bei Blackwell & Harris, Harvard University Press, kann ich Ihnen nur empfehlen. Es ist ein bisschen schaurig, weil das sozusagen das Kochbuch oder das Rezept sozusagen für eine Politik darstellt, von Politikwissenschaftlern, wie man eben mit Zöllen, mit Subventionen, mit anderen Barrieren den eigenen Vorteil gegenüber dem anderen mehren kann. Da ist vollkommen unwichtig in diesem Buch, dass das eigentlich aus ökonomischer Perspektive Selbstbeschädigung darstellt. Es beschädigt aber den anderen mehr und damit ist es gut. Das ist die Logik in dieser Welt, in der wir angekommen sind. Was kann die EU tun? Ich glaube, dass die EU in diesem geostrategischen Konflikt in der Mitte sitzt. Und wir können uns sozusagen zwischen zwei Stühlen sehr unglücklich fühlen und sehr einsam und sehr verlassen. Diese Rolle sollten wir nicht suchen, wenn wir können. Wir könnten uns aber auch durchaus mit den vielen anderen, die in dieser geostrategischen Situation auch zwischen den Stühlen sitzen, zusammentun und den Multilateralismus gemeinsam verteidigen. Das würde aber bedeuten, dass wir nicht selber von den Opfern zu den Tätern werden. Und leider ist da die EU nicht ganz unschuldig. Die Tramschen Stahlzölle wurden von der EU durch eigene Schutzzölle auf Stahl erwidert, nicht nur gegenüber den Amerikanern, sondern auch gegenüber den Brasilianern, die wir eigentlich gerne als Alliierte nutzen würden, aber die Brasilianer verklagen uns jetzt vor der WTO. Das bedeutet, wenn man wirklich dieses Vertrauen, um das es hier geht, fördern will, bedeutet, dass man auch die eigenen produktionistischen Instinkte bekämpfen und hintanstellen muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.